Musik Ich bin die Sophia, ich bin 19 Jahre alt, komme aus München und mache ganz viele Sportarten wie Bodentunnel, Leichtathletik, Basketball, Voltigieren und Volleyball. Musik Meine Mutter sagt, ich bin mit einem Arm vorwärts auf die Welt gekommen und war irgendwie schon super, irgendwas womin. Und das habe ich irgendwie angetrieben. Irgendwas Neues zu erleben im Sport. Also ich habe jetzt nicht ein sportliches Ziel. Für mich ist es einfach nur diese Erfüllung, die Energie irgendwie in Bewegung umzusetzen und an andere Leute weiterzugeben, was einfach so schön ist, irgendwie mit dem Sport es auszuprobieren. Ich glaube, es ist, dass es immer weitergeht und irgendwo ein Ziel ist, auch wenn man es jetzt nicht gleich erreicht. Musik Musik Vielen Dank.